Musik Ah, los jetzt. Abflug. Da sind viele Klagen, ne? Pack mal auf deine lieber auf, meine Mutter nicht. Nein, ich bin gerade. Ja, ja. Aber ich muss an die Kante ran. Hier, da kann ich halt. Nein, 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 nein. Das ist nicht gerade. Ja. So, ein bisschen zu. Ja, ein bisschen nach Nadier. Ja, warte, warte, warte. So, ein Blattstil. Ja. Ja, ja. Ja, ja. Aber nicht, da ist der TV, das Lofi. Ja, ja. Ja, ja. Das ist ein paar Narman. In der Zwischenzeit. Ja, ja. Ja, ja. Ja, ja. Ja, ja. machen mit ich machen das sind hier und der abstand gleich 19 durch 19 müssen wir abziehen, so was, 19 müssen wir abziehen, warte mal, wie weit ist das? ja genau, 25, also 6, 3, 3, 3, 3, 3, jetzt haben wir es, 3, 3 und wir auf 1, 2, 3, hier, hier sind wir gerade an zwei Seiten, so jetzt hast du am besten, rühre ich jetzt mal Leim an, ich möchte die Arm drehen, nein, ich möchte die Mache nehmen, an welcher Seite möchtest du hier, so oder andere, ja so, weil hier geht es ein bisschen nach oben, ja, und dann können wir die Füße da runter setzen, wenn die Füße, die setzen wir dann runter, bravo, alle wieder, und das machen wir jetzt, richtig, das sei will ich jetzt ein, das ist ein, nein, ich glaube, das ist das Gehlt, ja, ich habe was, du make-up schon, ja, ich mache das, seit, ja, seit, das ist die Taktik von Tom Fire, nehmen Sie Ferry, Ferry, das ist von der Veren, ist ein magischer Seife, um die Schraubenschein zu stecken, nicht vergessen, es ist ein magischer Soap für die Schraubenschein, das ist die Taktik von Tom Fire, so ihr könnt es finden bei uns auf dem Channel, Tom Fire Magical Soap, in fact, was ich werde Ihnen erklären, was Tom Fire ist, in fact, ist, in fact, er ist mit Wood, Wood, zusammen mit pieces, was man von dem Schraubenschein, mit dem Rest, er macht, das, um, wie ein bisschen, wie ein paar Piste, das man kann zwischen den zwei Planken, um, so, ein sehr, 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 sehr gut, das ist, wenn man die Pfeil für die Schraubenschein hat, es ist zu einem sehr schwerer, und du kannst, in diesem Moment, ein wenigsten, um, ohne, drei Stunden zu machen, und nicht aufstehen. Hier kann man die Magical Tricks von Jumpfire sein. Und hier findet man die manche. Wie sieht es aus? Sie sehen, der Jumpfire ist großartig. Sie sehen, dass er sich konzentriert. Hier sind wir den Kürzer, da hinten. So, den verdünftigen. Langendock, nein, länger. Länger, ja. Ja, genau wie mir. Das ist die Wiese. Echt? Also, haben wir keine längeren? Ja, das ist nicht so. So. Kommt das kurz? Ich sehe, dass der Kopf ist. So. 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 Mein Gott, das ist so schwer. Ja. Mittig vom Brett ansitzen. So rein. So. Ja, das stimmt. Alles Gute. Alles Gute. Oh, voll rein. Die ganze gerade rein. Ja. Ja, so halbwegs gerade rein. Ja. Ich wollte nur gucken, dass das Brett nicht splittert. Ja, das ist so. Ja, das ist so. Wie sehen wir, dass wir durchgehen? So, das ist mal deine ganze Bilz unten aus. Super. Wunderbar. So sollen wir das mal haben. Kann es zuschmiert? Ja. Genau so. Das muss richtig rausgehen. Das ist schön, ne? Was ist das heute? Ist es okay? Ja, ne? Ja, ist gut. Das soll es auch sein, ne? Das geht sowieso, das ist die gleiche Farbe. Eine kleine Lunte hier, ne? Ja, super. Die Frage brigst du genau? Und dann habe ich 5, flichst 2? Nein, ich我也 sein. Untertitelung des ZDF, 2020 Die 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 ZDF, 2020